Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3 für die Switch. Und den nächsten Schalter, den wir bekommen haben, war ja der für E2. Deswegen gehen wir da mal direkt hin und schauen mal, was wir da so finden. In der letzten Folge haben wir den Kaufhauskorb besiegt. Der harte Brocken, der vor allem Angst hatte, als Geist natürlich so unpraktisch, aber war gar nicht so schwer, den loszuwerden. So, guck mal. Das dauert immer lange hier, bis er ankommt. Ich meine, er lädt wahrscheinlich die ganze Etage nach. Hier geht's raus. Luigi hat immer Angst, ne? Ah, das war unser Hund. Hast du Hunger? Okay, dann will er irgendwie rein. So, dann gehen wir da mal rein. Oh, dann gehen wir da mal rein. Oh, leckerer Käse. Ah, wie macht man so ne Duftschuhe? Oh, dann gehen wir da mal rein. Okay, da kommen wir nicht rein. Da ist dicht. Mal reingucken. Aber da kann Luigi rein. Von der Nachbartoilette raus. Oder er ist noch immer hier. Fluchy. Fluchy, dann mal durch. Fluchy, dann mal durch. Fluchy. 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 Was ist das? What the hell is that? Die zurück! Yeah! Oh, den kriegen wir noch hin, ey. Die Diamanten nennen. Was ist der? Yes! Wieder einen jemanden. Sophia, Rubin, was auch immer ist. Das haben wir bekommen. Und immerhin, wo unser Hundchen ist. Der ruft uns ja auch. Ah, ja, ich komm. Kommt wahrscheinlich rein, wir finden Schlüssel? Nein, ich kann nicht. Mal festgeladen hier. Mach den Hund. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Versuch, vorbeizuschleichen. Ob das was wert, Luigi? Ob das was wert? Oh nein. Oh, okay. Ah! Alle hier! Ja! 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 Oh! Ah! Ah! Oh, yes! Sehr gut. Oh, yes! 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 Das schaffst du nicht ohne Hilfe Luigi, allein bist du nicht stark genug. Aha, da ist er. Oh, go, go. Uh oh. Oh. Back das Ding. Oh no. Ich lege ihn. Ich lege ihn. Okay. Oh, ich lege ihn. Ich lege ihn. Ich lege ihn. Ich lege ihn. Oh shit. Ich lege ihn. Ich lege ihn. Ich lege ihn. Ich lege ihn. Ich lege ihn weg. Mieser Koch. Die Fische kommen noch raus. Ein Herz und ein Knopf. Na, das gibt's doch nicht. Ist sie dumm, die Ratte? Ist sie dumm? Ja. Ich laug die Scheiß Ratte mir den. Oh, wir müssen weiter. Echt Scheiße. Dann ist das bis hin und dann... Weiß ich. Darf ich sie gesehen? Okay, vielleicht den Käsegeruch. Das stimmt natürlich. Warte mal. Kommt die raus, wenn sie den Käse riecht? Ich glaube schon, aber wie? Ich muss den Käse woanders herstellen, weil ich fände mal hier hin. Ich zieh ihn ja auch da. Ich zieh ihn ja weiter weg. Okay, warte, ich habe eine Idee. Lass mal aus. Ich bringe ihn hier hin. Luigi, ich stelle hier hin. Nicht die woanders her. Kommt die den raus vielleicht trotzdem? Oder trotzdem wegen Luigi? Wahrscheinlich will Luigi hier auch nicht. Warte mal, ist zu weit weg, der Käse? Da. Und die raus, okay. Warte mal, sie kommt raus und ich kann denn auch... So vielleicht, okay. Jetzt haben wir den. Sehr gut. Nein. Wollt ihr nicht verarschen? Was? Geht ein Darm ab? Ich frage mich, wo sie es hin, oder? Das ist ja ernst. Das ist Luigi. Luigi durchjagen. Okay. Wo kann jetzt die Ratte hingelaufen sein? Geht mal hier raus. Da ist die blöde Worte. Oh no. Ich dachte, das wäre so einfach. Einfach dieses Ding da holen und dann raus hier. Aber wie man sieht... Das ist nicht so einfach. Wollen wir hier mit der Tür rein? Da ist die Ratte. Die Maus. Ratte, Maus. Was ist das? Passt die durch? Oh oh. O, deutsche Musik. Oh, David Ne gentell. Oh nein. Oh no. Vielleicht vermutet. Mist. So, aber wie kommen wir zur Ratte ran, ist die Frage, ne? Oh, mit Dartscheibe. Hallo? Den auch noch wegmachen. Oh, da ist er, warte! Nein, ich würde ihn wegkommen. Oh, okay, das Ding. Okay, also da können wir jetzt nichts machen. Können wir hier eigentlich ein bisschen Ding spielen? Oh, ah? Nein, können wir reinpassen. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir sind hier ein paar. Oh. Oh, du, du, du. Na da rein? Hm. Okay, das ist nicht schade, ich krieg die hinten. Der Fisch abgeräumt, ja, okay. Ja, doch, okay. Dann müssen wir diese blöde Ratte jetzt finden. Da ist sie. Also läuft schon wieder, Warnes, wenn. Weißt du, da denkst du, du hast deinen Boss besiegt. Nächste, jetzt kriegst du diesen Knopf. Ah! Oh, oh, oh my. Uh oh, oh oh. Ho, ho! Oh? Dann haben wir die jetzt endlich? Und zurück, weil wir nur die Münzen noch mit Rein hier Jetzt pack ihn ein, bevor er eine Ratte kommt Sehr gut, sehr gut Zurück Fahrstuhl Drei Und abgegeben den Botten Dann war es das auch schon wieder für heute Beziehungsweise für diese Folge Du machst eine Sache wirklich gut Komm nochmal zurück zum Labor Boah, ich möchte ihm jetzt nämlich gleich sagen Gut, das machen wir Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin Tschüss 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 Vielen Dank.